Also ich starte schon mal, dass es gefällt, oder? Ja. Hatte ein bisschen Zeit zum laden hier. Bereite mich moralisch schon mal darauf vor. Tch. Den testen wir. So, Musik start. Ne, noch nicht starte. Ah, ich kann die Musik nicht hören. Ja, was habe ich denn gehabt? Warte, ah, jetzt, ja, jetzt kommt es mir in den Sinn. Jetzt kommt es mir in den Sinn. So, jetzt können wir die Musik starten. Ah, da, genau. Musik ein bisschen lauter als wir selber. Ah, Jesus. Du, es war so ein paar Mal die Warte. Oh, es ging gleich los. Okay, es kommt gleich noch ein anderer Sinn, aber danach. Es sieht eigentlich genau gleich aus, ganz ehrlich. Okay, zwei Männer. Äh, ein grosser Mann, ein kleiner Mann. Oh mein Gott. Sind bereit für dieses Spiel heute. Es geht um Pils. Nein, Pils. Es geht um Erfahrung. Es geht um alles. Sind auch alle anderen bereit. Hier der Bahnwagen. Auf der anderen Seite, da könnten wir mal rüber schiessen. Aber wenn wir ja nicht so gut auflegen. Er sehen da. Er sehen, ja. Er sehen. Ja, also eine Bahnlinie da drüben. Und hier der Weg. Wo wird der Fabian Höstler Östler hingehen. Gen Ost vielleicht. Wir haben genau den gleichen Panzern oder so. Wir haben die gleichen Chance. Genau. Beide 180 Leben. Genau. Hier. 160 Munition. Wie viel? Oder 67. 76. Ah, sorry, warte. Da sind drei. Äh, neun Stück. Mal zu drücken. Deshalb. Aber die nutze ich nicht. Was, Gold? Nee, äh. Oh mein Gott. Ich muss schon fast schreien. Das ist so, so laut. Nein. High Explosive. Nee. Nimmt man das. Okay, ja. Aber was ist dann zwei? Weil zwei ist ja... Zwei ist, äh, Gold, ja. Aha. Achso. Man nimmt es Gold. Man nannte es Gold früher. Heute ist es nur noch Bitcoin. Der Bitcoin ist ab. Oh. Die Börse ich ab. Also die Musik. Das dreht durch. Die Musik. Schlagerherz schrieben. Eigentlich müsste ich den Schlagerherz hören. Weil es den Augen greifen gleich bestörert wäre. Ganz einfach. So. Mein Gott. Wie kann man zwei drücken? Oh, Captain. Der Fahrwertbössler. Welchen Busch an seinem Base hat er ausgesucht? Ganz klein. Er ausfindet, wenn er links ist, dann jetzt... Ich weiß, ey. Aber jetzt haben wir gute Chancen. Mal schauen, wo er sich das letztendlich ausgesucht hat. Hooray, ich... Du hast sie nicht kontrolliert, aber ich bin ein bisschen selber schuld. Nein, nein, nein. Das ist also... Äh. Ich bin scheisse gerade. Aber... Ja, wie... Ich wollte sie nicht mehr kontrollieren, weil du sie erst... Bist du denn? Also es ist schon zu spät. Ja, wenn die andere... Frau hier noch... Bis... 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 Korrigiert das will. Ja, genau. Ja. Unheilbliche Spannung. Es ist... Äh, dreh du halt die Musik. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Bei mir zugleich. Wir gleisen. Jetzt kommt gerade mit 100.000 Volt. Das ist ein Favorit für der Schlager. Die nehmen wir schnell aus dem Game. Ich hoffe, der kommt es sich gleich. Verbleiben wir. So. Ihr hört jetzt 100.000 Volt. Und der Geschwister Hoffmann, oder wie sie heißt. Denn 100.000 Volt kann auch unser Tesla-Panzer von Hebrau sehen. Tesla-Panzer? Wieso Tesla-Panzer? Hast du gesehen, die Tesla-Kopie, die es gibt? Von China? Nee, aber das gehört nicht dazu. Haben sie vorher richtig? Ach, kann ich mal raussuchen. Ja, das ist ein sehr interessierter. Du, der die Prüfung gar nicht machen will. Aber den Tesla haben will. 1.000 Volt. Das kann nicht halten. 100.000 Volt. So. Und weisst du, was sagt der Yannick? Nee. Er wird gar nie die Fahrprüfung machen müssen. Weil wenn er ein Auto bräuchte, dann wären die Autos schon automatisch rumgefahren. Das könnte sein. Glaube ich nicht. Das wären nämlich 4 Jahre, also ganz ehrlich. Man kann es ja nie mit glauben. Klar. Ja, aber es gibt ja schon hier so Google-Autos und so. Ja. Aber du willst vom Thema weisen, damit ich mich nicht konzentrieren kann. Damit ich mich nicht konzentrieren kann. Nee, aber da wird gerade im Thema Auto kommen wir zwei Sachen zu sehen. Einmal der chinesische Kombi von einem Milliardär. China. Der in den USA eine grosse Fabrik gebaut hat. Oder einmal, dass Yannick das eben gesagt hat. Dann habe ich dich gefragt, was du dazu meinst. Denn ich bin ja auch Quatsch in dieser Zeit. Also ganz ehrlich. Nur bin ich halt ein Let's Player und du vielleicht nicht. Ich bin hier eher so der, ich muss gewinnen Typ. Nee. Spass. Ähm. Jawohl. Du musst wieder einen Punkt holen. Dass du mal wieder einen hast. Genau. Nee. Ich bin ja schön am rumcruisen. Ich weiss nicht wo du bist. Ja, du hast aber keinen Cruiser, das geht nicht auch. Ja, das ist halt ja leider so. Ja, also die Musik ist eigentlich noch schlimmer aus wie wie das Lied von uns holt. Hunderttausend Volt? Ja. Okay, müssen wir mal anhören. Ja, holen wir uns gleich mal nachher an. Danke an die Atmen in den nächsten Mal. Ich schlage aufs Lied. Nicht bedankt für das nächste, aber in den nächsten Mal. Denn es ist aktuell, es ist gerade so. Hunderttausend Volt. Verfolge sogar die Charts jetzt. Fünftig. Fünftausend Volt, das kenn ich. Das ist ein guter Song. Fünftausend Volt, das kenn ich. Ja, fünftausend. Sorry, sorry. Und den Super Homies. Super Homies. Die haben halt schon eine längere Zeit auf diesem Kanal nichts gebracht. Aber... Ja, hast du recht. Wenn, dann schau ich das. Scheißegal, wann und wie. Genau. Auch wenn es bis um zwei am Morgen geht. Egal, das muss geschaut werden. Vor allem die, diese Let's Eats. Ja, das ist legendär. Das ist legendär. Ja, das ist legendär. Boah, die Kurze. Boah, jetzt komm ich jetzt nicht. So. Also ich mag nicht. Ich muss sagen, Inge bin jetzt entspannter als bei anderen Matches. Bei früheren, sag ich jetzt mal. So. Weil du denkst, wir haben die gleiche Chance. Ja. Aha. Also ich weiss nicht, ob der Fabio da drüben bei dem Bahnwagen ist. Aber... Also sieben Minuten. Sieben Minuten sind schon rum. Nur so schnell. Also müssen wir wohl mal da drüben schauen, ob der da so ist. Denn auf der Seite scheint er nicht zu klein. Dann war der eine 18 Jahre spurlos vermisst. Spurlos vermisst. Gefunden an seinem Böse. Ja, verschwunden. Spurlos vermisst. Ja, ich weiss nicht. Ich muss lachen. Aber eigentlich ist es nicht so zu lachen hier. Denn wir suchen immer noch den Pössler von der Pössler. Es geht um Ruhm und Ehre. Der Pössler ist der Pössler von der anderen Seite. Der Pössler von der anderen Seite. Der Pössler von der anderen Seite. Man leist nicht. Always look on the Pössler Seite. Always look on the Pössler Seite. Du 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 du. Das Lied müssen wir auch mal hören. Das ist ein gutes Lied. Hit the Pössler Jack. Dö 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 dö. Hit the Pössler Jack. Dö 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 dö. I've got that. Pössler Jean. It's not my lover. Uuu. I find it. 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 Who came back? So, you came back. You came back. You came back. You came back. Inside him guys. Ja. Also du denn. Du stehst ja nur an der Base. Genau. Du stehst ja nur an der Base. Es muss... Er steht nur an der Base. Nur an der Base. Nur an der Base. Nur an der Base. Dö dö. Drop the Base. Nur an der Base. Wo steht er denn? Ja er steht. An der Base. An der Base. An der Hodege. Oh, weißt du nicht. Dö 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 dö. Dö 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 dö. Und check. Es ist nicht an der Auto. Ja. Es ist anders, dass du gar nicht kennst. So. Aber. Dann wollen wir doch mal losfahren. Zu dem Bahnwagen ewig hier rumstehen. Bringe das eigentlich aus. Ah, du bist jedenfalls so ein Camper. Ne? Geh immer so ein bisschen zurück. Und ein bisschen vor. Wagen wie du kommst. Aber ja, dann fahren wir halt mal zu dem Bahnwagen. Kann sein, dass der sich da versteckt. Kann sein jetzt. Dö 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 dö. Hunderttausend Volt. Und ich werde ihn finden. Hunderttausend Volt. Sehr nervös im Moment gerade. Hier. Ich bin voll entspannt. So. Jetzt haben wir dann die Hälfte der Zeit. Ja. Und wo ist denn der Y, X, Z, V, 21, 42, 63, 84. Immer einundzwanzig. 105. Ja. 115. 15. Wo ist er? 250 episode of World of Tanks. The last episode of this year. But it comes next year. That's okay. That's my channel. And my house. My town. My... My... My dream. My channel. Your dreamer. Your dreamer. Your dreamer. So. Hier dazu. Auf welcher Seite könnte sein. Wahrscheinlich unser Richterstein Dorfli. Könnte sein. Ihr schauen einmal von weit bei ihm. Oben sich vielleicht da so ein bisschen aufhält. Wenn man da ein bisschen rum campt. Man weiss es ja nie. I'm a camper, camper, camper. Noemi Camper. So. Aber ja. Ich habe ja die Ansprache noch gar nicht gehalten, oder? Doc, hast du? Hast du? Nee, das war nur ein kleiner Aussprache. Ah, sorry. Das war nur die Vorschau. Weitschechen. Am Weg nach Polen. Wer kommt zuerst an? Und wer hat die Leichen hinten drin? Wer hat die Leichen hinten drin? Wer hat die Leichen hinten drin? So jetzt. Ja, einen der, der erschoss. Wir hatten die Leichen. Ganz ehrlich. Irgendwie kommt der ja wieder nach Russland zurück. Das VOT-studio. Tch. VOT-studio. Das ist aber in Weissrussland. Russland. Weissrussland. Ist doch scheiss egal. Ist doch scheiss egal. Wo war ich in der Nacht? Von Sosnovka auf Profovska. Hab ich drei, drei Panzer gebraucht. Gebracht. Gebracht, ja. Ist ein Panzertransporter. Und nicht einer ist zusammengekracht. Wo ist denn der Pöstler? Es wurde auf 130 Fotos markiert. Jesus Christ. AB 130 Panzer gespottet. Tch. So, Jesus Christ. Wo ist der Pöstler auf der Pöstler? Ja. Das kann's ja nicht sein. Wahrscheinlich ist es so 20 Minuten und keiner siegt. Ja, und wahrscheinlich ist die Route wieder sehr ähnlich. Also meine Route steht ja nur um. Und deine wahrscheinlich auch. Nee, ich fahr die ganze Zeit um. Ja, ja, ja. Nee, die ganze Zeit bei deiner Base. Aber du kommst ja nie da vorbei. Aha. Da, da, da. Also jetzt nicht mehr. Aber vorhin stand ich da und du kamst nicht. Da dachte ich auch, komm, fass mal weiter irgendwo hin. Das war vorher erst mal bei deiner Base. Nur so. Ja gut, da war ich auch nicht. Hast du das Absenzenformular nicht gesehen? Ah, nee. So. Irgendwo in den färben Landen der Indianer, die hier schon den Indianer Jonas hat, ist angekommen für einzelne Pöstler. Er ist eigentlich der Abscham der Republik, der Weimarer Republik. Der Weimarer Republik. Der Weimarer Republik. Hierher im Koukoum. So. 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 Er zählt von mir und versetze einen Satz. Aber wo ist er? Es wird langsam laut. Es wird langsam unweilig. Das. Es wird langsam scharren. Schwarz Natascha steht vor mir. Wo könnte sie nur sein? Wo könnte sie nur sein? Ha! Da ist sie! Die schwarze Natascha kam zum Vorschein. Und wer wird hier sein? Denn wie doch alles hier muss. Wer wird hier die Sahne absahnen? Und den Schlagrahmen dem lieben, netten Yannick ins Gesicht schmieren? Wer wird sein, der hier gewinnt? Es ist ein Head on Head drin. Head on Head drin. Sponsored by Head. Sorry. Für die Produktplatzierung. Aber wer wird sein? Wer weiß es? Wer weiß es? Wer ist es? Wer trifft es? Wer trifft das Ziel? Of the death? The town of death? Wer trifft es? Wer kann es nicht? Ja! Damn! Woo! Ja! Oh mein Gott! Er ist... Neues Jahr. Neues Glück. Neues Sieg. Ja. Letztlich. Ja. Ja. Das war vertraglich abgemacht. Das muss ich nicht noch sagen. So, sofort Musik wechseln. Ja, unbedingt. Muss sie wechseln. Das kann nicht. Ich habe den Bösen wieder mal gewinnen lassen. Er hat es geschafft gegen mich. Unglaublich heute die Spannung hier. Plötzlich stand er da. Plötzlich. Zuerst habe ich gedacht, nee, wo ist er? Der Fabian. Ich habe mich ja gespottet. Wo ist denn der? Und jetzt... Oh Gott. Fünf Schüsse, fünf Treffer, fünf Durchschläge. Hätte ich dich gehabt. So, jetzt hören wir doch mal Disco Pogo. Ganz einfach. Ich glaube 4,6 Kilometer gefahren. Ja, jetzt kommt sofort die Statistik ist natürlich klar. Es ist natürlich wieder interessant zu sehen, dass ich genau gleich wie gefahren bin. colour ist eines JammelsOneinales und Fischlitz. Im Warchen ist dann auch der Rade. Wo ist ihr Seil-Warchen? Das ist eine große Herausforderung. In der Süßlein. Und das ist ein sehr zeres Seil. Ah, wie es dann gehört.